Herzlich Willkommen meine Freunde, Willkommst zurück bei Waww Call of Duty, Call of Duty, äh, ich hab mich wiederholt Call of Duty, World Dead War, ein Zombie Modus, äh ja, der Zombie Modus Custom Zombie Map Jetzt darfst du nochmal sagen Illuminati Island Genau, das war Runde 1 und die spawnen irgendwie verdammt schnell, ich gehe geiern, hahaha Ja, toll, äh, die Map kenne ich gar nicht, lol, die habe ich nicht mal bei Wacktick gesehen, scheiße Also hier ist auf jeden Fall ein schöner Raum zum Kiten, das heißt, wir werden erstmal eh hier bleiben, bevor wir, ja, andere Dinge tun Hier kann, äh, wie, äh, wie funktioniert das eigentlich mit dem, äh, geupgradeten Waffen? Äh, punchen? Punchen kann man hier auch ganz normal Ne, hier steht ja 4500 für gegradet Ach so, ja, ne, na, 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 das ist da, das da, das ist dann halt die Munition für die gepantschte Waffe Holь mal! Ba- uu, und... und, 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 und... Awww, der Modder hat nicht geschafft! Schade! Stop! Nachladen, nachladen! Weil es, es gibt Modder, die, die schaffens, dass man bei der Nuke auch 800 bekommt, wenn double Points ist Scheiße! Solche Mordersatz gibt aber auf der Map ist es nicht so. Ja, ist aber nicht so schlimm. Ich teste das immer nur gerne, weil das halt immer interessant ist. Interessant ist. Ich wurde ins Team angeschrieben. Ich glaube, wir hätten... Warte mal. Ich glaube, wir müssen den Kübel mal bitte mitnehmen. Oh, der Grübel. Wir konnten ja eh nicht vergessen so. Der kann so nicht bei. Ich glaube, wir müssen nochmal neu aufmachen. Ui, Insta. Das tut mir jetzt gleich für deine Aufnahme gerade, aber ich glaube, wir müssen. Ja, ja, der nervt gerade. Oh, oh, okay. Jawohl, von hinten. Ja, komm, wir end einfach. Mach einfach. Komm, wir holen den Kübel mit zu, dann geht das. Okay, wir sehen uns gleich wieder auf Illuminati Island. Genau, mach einfach einen Cut und ich auch. Bis dann. Tschüss. Danke, Nuggetface. Leil. Hast du ausgetappt? Nein, nein. Baba. Willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück hier nach der kleinen Pause. Mitchell. Ja? Steig ein. Wir müssen fliehen. Hier steht ein Auto. Ja, los, schnell weg. Ey, das Auto ist aus, äh, Shinraubs. Was ist das denn hier? Hat meine da 750? Lol, warum stehen die? So dumm da. Da sagst du es. Ey. Hier ist ein Teddybär, der will mir nicht sein. Oh. Oh, Anschies, warte mal. Ja, wenn ich so. Berühren mit F? Mit F berühren? Also, Leute, kommt mal her hier. Heute hat sonst euch den Plan. Und zwar das Theater. Den muss ich da auch mal nicht lernen. Escape. Oh, krass. Escape-Plan. Ah. Ah. Also. Ah. Du bist, du bist, du bist das, du bist das Schwarze. Ah, eins. Nichtschen? Du bist, du bist der kranke Heli-Pilot. Ich wieder, ich wieder, Alter. Ja, Face kannst du nicht sein, dafür siehst du zu scheiße aus. Ah, fick dich doch, ey. Er macht die Tür auf. Ah, nice. Ah, aller, aller. Nupe, warte, komm. Komm, komm, ich kann mir eine Waffe gönnen und kann gleichzeitig W, 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 äh, Dings aufmachen. Oh, LOL. Oh, Hakenkreuze, Leute. YouTube wird sperren. Ja, 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 YouTube wird sperren. Endlich mal was, was gesperrt wird. Wir machen drauf Herzchen. Es ist ja nicht schon Bioshock Part 8 gesperrt. Nein, 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 gar nicht. Ich hab was gefunden von Boot. Echt? Das hast du aufgehoben? Ja. Wo, ey, wo muss das ran? Weiß ich nicht. Hier ist eine Tür von 2000. Ja, aber warte doch. Look up the light, 115 Tut mir leid, so weit kann ich nicht sollen Wo, welche Tür, wo denn? Ja, ich weiß nicht, da hinten, neben dem Hakenkreuz Ey, hier ist Strom, Jungs Neben dem Hakenkreuz? Leute, wo seid ihr? Ich seh euch nicht, ich bin im hohen Gras Ja, wollte ich grad sagen, Pokémon, Alter Ja, äh, wilde Zombies attackieren nicht, ne? Ein wilder Zombie erscheint Ja, nicht nur eins Wie genial wär das, Alter Aber es gibt ja wirklich so ein Zombie-Lavandier-Mythos, ne? Hier ist Tür, mach mal einen auf Finde ich ja genial Ja, geil 50, zu wenig Nein, lass mich doch vorher erst killen Das ist doch ein Trottel, ne? Wollt's doch auch Oh, Alter, wie geil Wir gehen schwimmen Oh, wir können nicht schwimmen Oh, nice Ja, aber wo geht's denn hier weiter, Jungs? Danke Jungs, äh, ihr kennt Ihr kennt das Prinzip, wir müssen gleich einen am Leben lassen, ne? Um zu gucken, wo, was ist Danke, ich bin großartig da Bester Wasser Ah, das haben wir ja bekämpft jetzt Idominati Island Sieht auf jeden Fall sehr geil aus, also ich find, ne? Also hat auf jeden Fall Was? Äh, hier ist was Hier ist aus einer Tür Die kannst du aufmachen Ah, spawnen die? Ey, aber ne, die Zombies, die spawnen gar nicht aus dem Wasser, ne? Die kommen ja nur von einer Seite, wenn wir am Wasser bleiben, ne? Äh? Das ist so übel Man kann ja nicht irgendwie durch Glas gehen Also Ey, Jungs, seid ihr da drüben hingekommen? Hallo? Äh, lol Durchs Feld der Gras Und pass auf, dass das Pikachu dich nicht findet Ich mach Tür auf, warte mal Welche Tür denn? Warte doch mal, bevor du irgendwas... Ja, komm doch mal mit dir durch die Büsche Aber pass auf, dass der Wolf dich nicht anfasst Ach, hier durch, Alter Das Nogga Pass auf Pass auf, dass ich dich nicht anbeiße Ja, such mal Teile daraus Anbeiße? Ja, aber wo kann man das Teil denn ranbauen, das eine? Weiß ich nicht Äh, bestimmt muss man dann irgendwie so Standardmittel finden und dann... Ja, so ein Tisch Das nehm ich doch mit, ne? Öl, hab ich gefunden So, ich hab jetzt Insta Pass auf, dass ihr nicht alle tötet Ja, bitte Boah, wir brauchen Öl Wir brauchen noch viel Öl Und so Warte, warte, warte Ey, nicht alle, ne? Pass auf Hier geht's nirgendwo weiter Doch, warte Hier gibt's Sniper Man braucht doch 100 Pro, die Sniper, um irgendwas zu gucken Um irgendwas anzuschießen Wetten? Ich wette Die kostet, die kostet So, ich hab hier den letzten, ne? Ja, okay, rennt der, ne? Ne Gut, dann lass ich mal Lass mich mal kurz schauen Ey, das, mein Sound ist voll leise, ne? Ja Du musstest den Teddybär messern, damit dein Geräusch macht, ne? Echt? Ja Wo, 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 wo waren das jetzt nochmal? Ach, am Anfang, ne? Unten der Bowieinhalb Ja, ja, warte, ich will mal kurz gucken Äh, hier ist ein Steg Und da ist ein Boot Ich legge, ich legge, ich legge, ich legge Ich legge, 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 ich werd sterben Ja, klar, wirst du sterben Ich wirst, ich doch, ich wirst sterben Ich wirst, ich doch, ich wirst sterben Achso, du hast noch einen, ja? Ja Wo ist der? Loll Sag doch Hadi, du bist toll Du bist toll, wenn du sagst, du hast noch einen Ja, ich sag doch, ich hab noch einen Oh, ist weg Ja, da hab ich meinen umgebracht, genau Bis wir nicht erst mal gucken, wo es weitergeht Gibt's de Winchester, lol Ja Aber hier geht's noch nicht so weiter, sonst Ne, doch, irgendwie müssen wir zum Strom kommen, warte mal Ja, irgendwie Doch, warte, ich könnte irgendwas machen, warte mal Hubs, 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 Hubs Oh, jawoll, alter N249 Irgendwie was Waffe mit MG und so 2000, alter, übertreiben sie halt Mit den Preisen schon wieder Ich sag mal, äh De Kreppe sauber Ja, bitte Oh, jetzt ist mein Sound wieder zu laut Warte mal, ich sag mal ganz kurz Scheiße Egal Mehr Sound für euch, Leute Für euch Zuschauer Mehr Sound hier Was ist das denn? Doppel de Ding Doppel Dödel, Dalu Card Hier ist ne Tür für 2000 Und ich darf das sagen Was? Ich darf das sagen Doppel dödel da ist red Echt mal ich hab die rechte Dafür Hier ist ne Tür für 2000 Ich weiß gar nicht Wulff weißt es schon Der erste Part von Black Ops 2 Zombie Modus Hat Darlokat kommentiert Was? Der hat was kommentiert? Der hat den ersten Part von meinem Black Ops 2 Zombie Modus Kommentiert Wer? Bin ich voll stolz auf immer noch Wer? Weißt du wer Darlokat ist? Hier wo ich bin Oh lass mich mal ran Da wo du bist Du kennst Darlokat nicht Ich weiß bescheid So Strom ist an Jungs Ey die spawnen im Wasser Kacke Auf einmal die Schweine Müssen auch die restlichen Teile Oh jetzt rennen sie so ekelhaft ey Wobei die verrückt Zombies noch schlimmer sind Könnt ihr denn noch ein Teil legen? Könnt ihr denn noch ein Teil legen? Weiß ich Ja brauche 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 Brauchen wir nur eins oder mehrere? Mehrere vier Teile sind das insgesamt Ja dann ist schon der erste der mit einem Öl äh der mit einem einzigen Teil ein Boot fährt Mitchell Ja Mann Na klar mach mal das normalerweise auch so Ja geil der eine Zombie Part grad gebackt krass Ich weiß nicht Ja einfach mal suchen jetzt würde ich sagen Ui Hier ist ein Haus Alter Was ist denn hier? Die M4A1 Ey jetzt lege ich schon wieder aber Kübelsping ist auch relativ hoch Pack wirklich davon klinge ich nicht Ja klinge ich doch Bescheid Äh bei mir rennt hier einer ist das normal? Oder ist das der letzte? Warte mal Warte mal warte mal warte mal Habt ihr noch einen? Wir haben ja keinen Ne wir haben keine mehr Oh Ich hatte noch einen Äh ich hab Ah 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 Sterb nicht sterb nicht Ich sterb nicht Was ist das denn hier? Ihr habt ne Türmetscher Ich mach die mal auf Echt? Mach mal Ja ich hab nur 1500 Achso ja warte ich mach Man wenn mir leckt es jetzt schon wieder alter Immer dann Weißt du irgendwas hab ich mit Wulff gezockt Da hat es dich geleckt Also auf screen Und jetzt zocke ich nämlich auf Und dann leckt es wieder Das sind vier denn hier Alter Ach was Oh hier ist ne Kamera So hier ist wieder der letzte Ich kann grad nichts machen Jungs Ich kann grad nichts machen Gar nichts Ja Ich hab nen Teil gefunden Echt lol echt Ach hast du ihn gefunden ja Ja der stand da so Ja der steht da Kannst aber nicht nehmen Ne Du musst runter dann rechts runter zum Strand gehen Und rechts irgendwo geht so ne Tür rein Und da ist so ne Schatzkammer Und da ist so ne Schatzkammer Auf die geht's Auf die geht's Auf die geht's Oh mein Oh mein Oh Papp Ja der hat sich auf den Fall gebildet Ja der ist irgendwo bei Papp ne Ich häng ihn noch irgendwo im Längen In irgendeiner Stelle fest alter Ja der Wo bin ich denn hier gelandet Hallo Wolf Hallo Hallo Ey ich Park's halt nicht jetzt grade schon wieder Man Frau Ich hab hier ne Ah ok Jetzt weiß ich wo wir sind Wir sind beim Strom Warum Der K würde ich gern mitnehmen Der K würde ich gern mitnehmen Äh so Uns fehlen immer noch Maas ne Wir haben Kleber Jo Ja und Und ich hab den Weg zum Strom zurückgegangen Was ist das da Ok jetzt weiß ich nicht Wir brauchen noch keine für das Boot Mitchell such mal ein Boot Tyler Schnauze mit meinem Finger Klar Ich hab Öl Noch Noch hab ich den letzten Oh Füg den Hast du gefunden? Also ich hab den letzten ja noch ne Wie nimmt man auf F ne oder Äh Äh So eine Aktion hier Oder Interaktion keine Ahnung Aber äh Kübel hat keine Probleme oder was Mitchell Nein ich lauf hier ganz gechillt rum Und bei mir stehst du hinten einfach nur noch rum Äh Wolf Ja Ok Du standest grad so geistesabwesend in der Ecke rum Ich hasse dieses Host System von COD Ja weil ich gucke gerade Ja weil ich gucke gerade Ja weil ich gucke gerade Oh Gott jetzt schlägt der mich hier Das wird ne schöne Folge Ich steh rum und mach nichts Du stehst doch hier nur rum ne Ja ich kann mich ja nicht bewegen Ja warum Weil mein Ping mal bei 999 ist Oh jetzt werde ich sterben Oh oh Hardy Wir killen ihn jetzt einfach Ja Dann sterbe ich jetzt erst recht Nice Wow wo ist er Na ne Wo ist er hin Bist du geliftet? Ne bin ich nicht Aber ich mein halt Ich war auf einmal weg Jetzt geht er wieder runter auf 200 100 Jetzt ist er wieder normal Ne 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 Naja Naja Ich will nichts Ich will nichts in den Himmel schreien Ich geh runter zum Papp Boah jetzt noch ein bisschen konzentrieren Dass ich hier auch nicht sterbe jetzt direkt Jetzt wo der Ping doch wieder geht Äh ich bin unten beim Papp ne Mhm Ja 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 Ja